Jawohl meine Lieben und hier ist eure Jessie wieder. Heute haben wir Mario Kart Wii am Start. Es ist Freitag der 17. und wir haben jetzt kurz nach 7. Wie ihr sehen könnt, sind wir schön besetzt. Es ist fast voll. Wir sind zu 10. Und ich glaube, wir sollten anfangen, nicht wahr? Bereit? Wir fahren einen Grand Prix zuerst. Und dann, wenn es geht, noch ein Team Grand Prix, weil wir zu 10 sind, geht es ja auch auf. 5 und 5. Rosalina und das Bowser-Bike. Automatik. Yeah. Geil, 10 Leute hier. Das ist supi. So möchte ich das haben. Es sind noch etliche dabei, bei denen ich noch Fragezeichen habe auf der Liste. Also ich habe alle, die mich gebeten haben, sie einzutragen, auch eingetragen. So ist es nicht. Boah, das ist doch wahr. Alter Schwede. Oh oh. Ich sehe ziemlich schlecht aus hier. Ich bin sogar. Fast die schlechteste. Ach du Scheiße. Na gut. Nehmen wir mal meine Favourite-Strecke, den Regenbogen Boulevard. Den nimmt auch der Tristan, glaube ich, ist das mit der Brille. Ich habe mir auch alle aufgeschrieben, wie sie YouTube-Namen heißen und so hier, damit ich das nicht verwechsel. Und ein Favourite-Strecke. Da sind wir mal gespannt. Oh nein, das fängt ja gut an. Ich hasse die Strecke. Ich bin wieder mal die einzige Frau hier. Naja. Ich bin es eigentlich gewohnt. Und ich habe meinen Mi-Namen geändert. Sie ist Jazzy, damit es jeder weiß. Obwohl, Mrs. Hardy weiß man ja auch bei mir. Oh nein, das ist eine. Er nimmt noch einer Rosalina, habe ich gehört. Der Charlie. Cool. The Player. Drei Rosalinas in Front? Wie geil ist das denn bitte? Demnächst mache ich einen... Hallo? Einen Rosalina-Abend. Alle, die mitfahren wollen, sollen Rosalina nehmen. Oh, schon 8er. Meinen bin ich schlecht. Ich mache mal einen Rosalina-Abend tatsächlich. Ja, ich bin letzter. Vorletzter. Höh. Banane. Ich glaube, der Endgame-Signal ist ein bisschen zu laut. Kann das sein? Was soll ich mit dem Pilz hier? Den kann ich jetzt eh vergessen. Gibt Gas, Rosalina. Ach, die Tüter nehmen alle die Abkürzungen. Jesus. Die nehme ich ja grundsätzlich nicht. und nicht mal ein Item bekommen. Das war knapp. Geh mal weg, Tristan. Fällt mit seinem Mi. Aha, auch gut. Nein! Ah, letzter. Naja. Ich habe vorgenommen, mich nicht aufzuregen. Brauche ich jetzt auch gar nicht. Letztes Mal war es schon sehr sozial, muss ich sagen. Ich hätte auch gerne, dass das so bleibt. Ich habe ja schon mal angedeutet, was ich so gar nicht leiden kann, wenn ich mit jemandem fahre. Natürlich. Warum auch? Ich weiß, mit dem Kugelbilly kann man es nicht beeinflussen, wo man hinfährt. Nice. Ja, genau. Letzter. Vorletzter. Der Mario ist hinter mir. Ich weiß nicht, ob der Ingame-Sound zu laut ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe fast das Gefühl, ja. Gucken, ob ich hier noch was an Einstellungen verändern kann. So dürfte es aber eigentlich reichen. Ach Gott. Ich habe aber nicht vor, unbedingt neuntes zu bleiben. Das ist ja schon klar. Letztes Mal lief es besser. Ich mag den Kurs halt nicht. Also, es ist einfach nicht meine Strecke. Ich sollte echt mal so einen Themenarm machen. Also, dass jeder vielleicht denselben Fahrer nimmt. Das wäre doch cool. Mal Rosalina, mal Donkey Kong, mal Funky. Das wäre doch cool. Hm, naja. Die Strecke geht ja. Der Champ ist vor mir. Der gute Chris. Ah, der Player hat es begriffen. Ich werde nicht gerne überfahren. Mit einem Stern nicht. Und ich kriege auch nicht gerne Wolke zugesteckt. Wenn man das Pech hat, sollte man damit auch leben. Ich fahre auch nie absichtlich über einen drüber. Das sollte jedem klar sein. Also, ich meine, wenn ich mit den Abonnenten fahre, nicht, ne? Wenn ich mit anderen fahre, dann ist mir das egal. Weil ich kenne die nicht. Und da will ich, äh, es mir das auch schnurzt, ob ich die über den Haufen fahre oder nicht. Der Mult DK 87. Ich fahre vielleicht zu vorsichtig. 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 Und das ist nicht der Player News, ne? Ich wollte das nur mal gesagt haben. Ja genau. Das mag ich ja auch nicht, dass mir jemand absolut die Panzer reinfährt und nicht die Hauptsache. Schade. Hm, damit habe ich gerechnet. Deswegen bin ich auf Seite gefahren. Na welcher Cheater fällt denn da ganz vorne? Welche Rosalina? Muss ich doch ein Hammer gucken. Und ein Funky, der total abgeht gerade. Wow. Wie ich das sehe, fahrt ihr auch alle mit Manuel, glaube ich. Da habe ich ja gar keine Chance eigentlich zu gewinnen, oder? Wenn man zusätzlich auch noch das bekommt, dann ist es natürlich noch schlechter. Ja. War das gerade eine Bombe, oder was? Wo ist mein Panzer hin? Ach man. Oh man. Gib Gas. Gib Gas. Ach je. Heute. Heute ist nicht mein Abend. Ihr seid einfach zu gut. Oh, Winschatten. Noch so'n Scheiß, wie man abschaffen kann. Oh, Winschatten. Noch so'n Scheiß, wie man abschaffen kann. Was? Na ja. Ah. Ist vielleicht die schlechte Idee, als so schlecht fahren wie ich sowas zu machen. So macht es dem Zuschauer relativ wenig Spaß. Na, wie der so ein Spezialist, der ein Fragezeichen hat. Man kann sich doch was aussuchen, oder? Oder man wählt gleich zufällig. Hm, wenn man lang gebraucht, muss man sich was auszusuchen. Oh, sehr schön. Es wird mir auf einmal warm, meine Fresse. Rainbow Boulevard. Ja, die meisten hier haben wieder mal. Ich will ein Item, verdammte Scheiße. Hä, die sind hier nicht getroffen. Ich werde absichtlich in Abgrund, auch nicht schlecht. Boah, fahr. Rosalina, mach schon. Ich glaube, da kam was Blaues, angeflogen. Oh ja, das sah doch aus. Eng auf eng, dicht auf dicht. Oha. Fahr, Rosalina, bitte. Ich weiß nicht, was es auf diesem Kurs ist, dass ich immer so gut bin. Die anderen sind da total schlecht. Und hier? Oha, Mann ey, wie das nervt. Jetzt fahr. Gib Gas, Mälen, gib Gas, Mälen. Wie der mir rolltert und poltert, alter Schwede. Und zwei Rosalinas sind an mir. Vielleicht gibt es einen Dreiersieg der Rosalinas. Das wäre auf jeden Fall geil. Oh, danke, du... Woah, babe. ... ... Komm, mach ihn jetzt. Ich sah nix mehr. So werde ich ausfallend. Das will ja keiner. Das fühlte sich angesprochen. Ah, jetzt weh. Geht doch, diesmal was für mich, ich gewinne ja sowieso nix. Ich werde immer noch von abgehalten, ne? Ja.